Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1362 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Mit dieser Brille tauche ich in virtuelle Welten ein, die bisher kaum jemand kennt. Mit dieser Brille tauche ich in virtuelle Welten ein, die bisher kaum jemand kennt. Ich bin eine Außenseiterin. Niemand mag mich. Ich bin eine Außenseiterin. Niemand mag mich. Ich bin eine Außenseiterin. Niemand mag mich. Unsere Fußballmannschaft hält immer zusammen, egal was passiert. Unsere Fußballmannschaft hält immer zusammen, egal was passiert. Ich war noch nie in der Praxis eines Psychiaters. Ich fühle mich nicht sehr gut. Ich habe alle meine Einkäufe erledigt. Du kannst mich jetzt abholen. Ich habe alle meine Einkäufe erledigt. Du kannst mich jetzt abholen. Ich warte auf dem Parkplatz auf dich. Flugbegleiter in Luftfahrtuniformen stehen vor dem Einsteigen in das Flugzeug auf der Gangway. Flugbegleiter in Luftfahrtuniformen stehen vor dem Einsteigen in das Flugzeug auf der Gangway. Wir freuen uns auf den Feierabend und ein Glas Bier mit unseren Kollegen. Wir freuen uns auf den Feierabend und ein Glas Bier mit unseren Kollegen. Hier findest du die Medikamente gegen Kopfschmerzen. Sie sind alphabetisch sortiert. Möchtest du von meinem Eis probieren? Möchtest du von meinem Eis probieren? Wann hast du den Luftfilter im Auto zuletzt gewechselt? Wann hast du den Luftfilter im Auto zuletzt gewechselt? Wann hast du den Luftfilter im Auto zuletzt gewechselt? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Der Arzt prüft, ob ich mich bei meinem Sohn angesteckt habe. Meine Körpertemperatur beträgt 38 Grad. Oh nein, nicht schon wieder! Warum machst du immer wieder die gleichen Fehler? Oh nein, nicht schon wieder! Warum machst du immer wieder die gleichen Fehler? Hat jemand noch Anmerkungen zu diesem Plan, oder haben wir jetzt alles besprochen? Hat jemand noch Anmerkungen zu diesem Plan, oder haben wir jetzt alles besprochen? Ich glaube, ich möchte das jetzt nicht weiter mit dir diskutieren. Ich glaube, ich möchte das jetzt nicht weiter mit dir diskutieren. Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Deine ständigen Anrufe gehen mir auf die Nerven? Ich habe den Kontakt mit ihm auf eine besondere Art und Weise aufgenommen. Ich habe den Kontakt mit ihm auf eine besondere Art und Weise aufgenommen. Ich will es gar nicht sehen. Ich kümmere mich nicht um solche Dinge. Ich will es gar nicht sehen. Ich kümmere mich nicht um solche Dinge. Wir haben gemeinsame Interessen und passen gut zusammen. Wir haben gemeinsame Interessen und passen gut zusammen. Wir haben gemeinsame Interessen und passen gut zusammen. und passen gut zusammen. Aber jetzt weiß ich nicht, wie ich weiter vorgehen soll. Ich habe diese beiden Zahlen multipliziert. Aber jetzt weiß ich nicht, wie ich weiter vorgehen soll. Ich habe diese beiden Zahlen multipliziert. Aber jetzt weiß ich nicht, wie ich weiter vorgehen soll. Ballett hat mich schon immer interessiert. Deshalb bezahlen meine Eltern schon seit Jahren meinen Ballettunterricht. Ballett hat mich schon immer interessiert. Deshalb bezahlen meine Eltern schon seit Jahren meinen Ballettunterricht. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank.